Die IG Metall fordert nach wie vor 5,5% Lohnerhöhung für nur ein Jahr. Doch die Argumente, auf denen diese Forderung aufbaut, die schmilzen dahin wie der Schnee nach Ostern. Während die IG Metall noch von 1,5% Wachstum träumt, haben die fünf Wirtschaftsweisen im Sachverständigenrat ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum gerade erst auf 0,3% reduziert. Während die IG Metall noch von 2% Inflation ausgeht, sank diese laut Statistischem Bundesamt im letzten Monat auf nur noch 1,4%. Und während die IG Metall den nächsten Aufschwung für sicher hält, sieht die Europäische Zentralbank deutliche Risiken für die Konjunkturerholung im zweiten Halbjahr. Der Forderung der IG Metall fehlen die Grundlagen. Deshalb sagen wir, aufwachen IG Metall. Die Nordmetall-Arbeitgeber strecken die Hand zur Einigung aus und machen ein faires Angebot. Die Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie können ab Juli 2013 ein Lohnplus von 2,3% bekommen. Das bedeutet auch nach Abzug der Inflation einen deutlichen Reallohnzuwachs, ohne Arbeitsplätze zu gefährden. Ja, die letzten Wochen, gerade die letzten Wochen, haben gezeigt, dass die konjunkturelle Bewegung nicht aufwärts geht, sondern eher seitwärts. Und auch in der Euro-Schuldenkrise nimmt die Unsicherheit zu, sodass wir insgesamt wirtschaftliche Unsicherheit haben. Und da gilt es vor allen Dingen, Beschäftigung zu sichern. Wir haben immer gesagt, dass wir die Einkommen nach oben anpassen wollen, aber es muss angemessen sein und zu der wirtschaftlichen Situation passen. Auf die Nordmetall-Arbeitgeber ist Verlass. Die 2,3% sind verlässlich und fair für Arbeitnehmer und Betriebe. Wie zügig der Tarifabschluss kommt, liegt jetzt an der IG Metall. Die 2,3% sind verlässlich und verlässlich und verlässlich.